Hallo und herzlich willkommen zu diesem kleinen neuen Infovideo Leute und zwar HeartGreeforGames in der Nacht von ja von auf dem wie soll man das sagen, nach Halloween jetzt in der Halloween Nacht, HeartGreeforGames ein neues Item release, was jetzt nur an der begrenzten Zeit da sein wird und zwar 12 Stunden, ich zeige euch jetzt mal wie man dieses Item craftet, ich mache mal Slashcraft Leute, ich habe hier schon alles was ich brauche ich habe einmal 8 Beacons, dann habe ich hier ein Körbis und fuck yeah, ihr macht jetzt einfach den Körbis zu so einem hellen leuchtenden Körbis, dann macht ihr die Beacons drumherum und dann macht ihr das so, dieses Craft-Konzept womit man das gecraftet Leute, wird nur so 12 Stunden verfügbar sein und es wird am Morgen jetzt rausnehmen, schätze ich mal aber es kann auch sein, dass es noch bis heute Nachmittag verfügbar ist, weil ein Admin das rausnehmen muss, entweder Upco oder Lord Varus, schätze ich mal jemand der Zugriff auf dieses Plugin hat, womit das Teil erstellt wurde, gut Leute ich hoffe euch hat dieses kleine Infovideo dazu gefallen wenn ja, gerne mal ein Like und ein Abo da lassen bis zum nächsten Mal, ciao